Schwitz So, haben wir hier auch irgendwo Zeug da Nio, einfach durchreizen hier Soviel also zur Passion des Sammlers, ja Hat er auch Legendaries gesammelt Ich will doch hoffen Okay, wir haben Flüche voll Das heißt, wir können mal ein paar weniger nehmen So, und Waffe halt mit Schrollflinte und so, ne Das wird nix So, da haben wir das andere Sehr, sehr schön Und level up Jetzt könnt ihr mir nicht mehr so viel Weil ihr nicht mehr so viel Schaden macht Nicht mehr ganz zu ätzend seid Und weil ich nicht Paul heiße Ja, genau Eins von eins Geheimnissen, okay Na dann Muss ich weniger suchen Das hier soll noch irgendwie was Spannendes Sieht nicht unbedingt danach aus Okay Machen wir mal ganz kurz hier level up Zwar noch mehr Lebensenergie Und Cooldown um 40% sinken Ist natürlich schon krass Aber kostet halt auch 5 Schicksalspunkte, ne Wir nehmen weiterhin die Geschenkekiste Warum? Weil ich's kann Weitere Zoo aufsehe Ja, natürlich So Okay Zurück ins Händlerviertel Kann sie hier, ne Noch um Stunden ziehen Bis wir hier irgendwann mal alles durch haben Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach hier Ah, okay Ich weiß, wo ich bin Das ist toll Ich mag das, wenn ich weiß, wo ich bin Mhm Das ist voll toll Wir gehen jetzt mal Richtung Kloake Naja, vielleicht nicht nur in die Richtung Sondern auch tatsächlich dort rein Ne, weil kann man ja mal machen Und so Gedübt's Meine Sätze schon lang Ja, ach, die ist da unten Komme ich hier rum? Nein, kann ich vielleicht von oben hier irgendwie runterspringen? Ach, das ist da ein Hier ein Haus Äh Ich weiß, ich muss da erst tatsächlich irgendwie Woanders lang gehen Na gut Es ist eine Falle Klassiker, ne Klassikerfall Also langsam werden Heiltränke echt Äh, wenig Muss man ja doch mal sagen Das waren echt schon mal mehr Heiltränke, ne Was ist denn jetzt hier so heftig gestoppt? Das wäre mal interessant zu erfahren Ich werde hier immer unterbrochen Hier Schweinebacken So Vampirritter war das Aha Das würde ich mich vielleicht ein bisschen in Acht nehmen davor Oder auch nicht Weil ich nicht so wirklich mitgekriegt habe Was jetzt so toll an ihm gewesen sein soll Oder ist ja eine andere Geschichte Okay Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier rum Dann haben wir noch mehr von denen Hey, toll Yeah Schade Falsche Richtung Genau Headbanger einfach weiter Ist okay Wie so ein Ganz toller Flammenwächter Des Todes So Und hier unten kommen wir dann jetzt zur Kloake Das sieht ja mal nicht so verkehrt aus Aber wir werden natürlich nochmal vorauf gehalten Stunden später Noch mehr Stunden später Sterben wir zum Glück nur alle drei Stunden So und die zählen ja nichts für das, was ich suche Das war ja kein Akku, Akku, Akku Oh, Dinger da Ups Halt, Schlauste Sorry, mein Fehler Puh Was haben wir jetzt hier? Habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen, ne? Ähm Okay Öffne Ventile und erschlage lebende Miasmen Ja, meinetwegen Erschlage Thomas düster Gift Innerhalb von 90 Sekunden Okay Ich versuch's Ob das klappt Ist so eine andere Geschichte Kann auch nerven Ist jetzt gut Danke Sehr freundlich Hallo Ja, wirklich Ich hatte Meine ich jetzt keinen wirklichen Ladebildschirm Also Ja, Ladebildschirm Herausforderungsüberbildschirm Bevor wir jetzt hier in die Kloake gegangen sind Oder? Oder Oder habe ich einfach nicht aufgepasst Das kann auch sein Das wäre bei mir auch nix neues Jetzt einfach schon so völlig grenzdebilt Wie ich einfach weggeklickt habe So Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Siehste? Du kriegst mich nicht Oh Leider nicht innerhalb von 90 Sekunden Das ist typisch erschlagen Irgendwas ist ja auch immer Oh Gott Kacke Ich wurde unterbrochen Ich wurde unterbrochen Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ich wiederhole Das ist nicht gut Alter Die nerven Die nerven Die nerven Meine Güte Das sind die ätzend Wenn auf einmal so viele sind Weißt du Und die haben alle hier ihren Mein Gott Ich töte mal eben schnell hier den Spieler Skill an Dann nerven die richtig Aber frag nicht nach Sonnenschein Und dann auch noch er hier mit seinem Liebensdiebstahl Ist auch so ein bisschen wie Hautkrebs Legendary Legendary Der Wisch Was macht der denn so Wow 18 bis 180 Schaden und 17% erhöht Fügt mit 40% Wahrscheinlichkeit verwundbar zu Die Wirbelsturmattacke erzeugt eine zweite wirbelnde Sense Die Feinden Schaden zufügt Nett Schockwelle Wirbelsturm Was macht denn Schockwelle Erzeugt eine Schockwelle Die den Zustand betäubt erzeugt Aber keinen Schaden zufügt Okay Und Schnitter So wir sollten vielleicht mal weg sein Das ist einfach so Okay Okay Ja gucken wir mal Abgesehen davon Dass ich jetzt gerade Relativ viel Wow Das ist Wow Schadenstechnisch Wow Aber Hallo Wow Endlich kommen wir mal weg von dem Von der Eulen Klampfe Na gut Eul ist die nicht ne Aber ihr wisst was ich meine Ja Und halt Gegner die verwundbar sind Sind dann halt auch nochmal ne Empfindliche für Schaden Das ist Nett Very nett Achso Ähm Wir hatten ja jetzt auch noch weiter Einen Schützackspunkt Äh Wir haben sogar noch ne Karte Die wir einlegen können Ähm Wie viele Hälfte haben wir denn jetzt Der hat hier verbraucht Ich stand doch vorher immer da Ähm Jedenfalls wollte ich den Vampir austauschen Gegen Vampir 3 Mit Special Effect Ah ok 16 von 16 Haben wir jetzt ok So Was haben wir hier Feines Und Verstück Das war so klar Ah Kann man nicht kontrollieren So ein bisschen Oder wenig Lassen wir uns bei wenig Ok Also das Ding ist echt nett Endlich gibt's noch ein vernünftiges Legendary hier Bäh Ne da komm ich nicht durch Ok Ey das war Overkill An den Kisten Ja Könnt du ruhig mal zur Leiste beitragen Nicht Ok gut Dann halt nicht Puh So das ist Ne Der andere Ausgang Oder Eingang Je nachdem Alter Alter wie schnell wir jetzt Hier durchschnitt Das ist schon Unheilig Nein unheilig ist einer Bernd Ja man Wegen ob das So Die Nehmen wir die Overload Leiste hätte ich jetzt Banal gesagt mit Und schon ist das Ding weg Das ist wahr Stirb 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 Ok Okay, das ist tot. Yay! Yay! Da ist eins dieser Ventile. Schön, dass ich das auch mal sehe. Dass ich jetzt weiß, wie die zumindest aussehen. Ah, Mann! Mh. Okay. Ah, das hier. Oh, okay, gut. Die machen sehr, sehr viel Schaden. Na gut, und sie haben ihre Ratten aktiviert, ne? Kein Wunder. So. Oh, Legendary. Berserker Aura legendär. Ich weiß nicht, wie wir dann nochmal Schaden machen. Hm. Wir müssen auf jeden Fall dringend mal irgendwie nach Hause. Ähm. Erzeugt an Aura, die allen befindlichen Feinden und Freunden ausgeteilten Schaden erhöht. Hm. Darüber hinaus erhältst du einen Fokus-Zustand. Äh. Zustand-Fokus. Äh. Brauchst du kein Ohr drauf auf? Hm. Ja, wir machen ja Feinde auch mehr Schaden. Aber meine kritische Trefferschance ist halt auch dann irgendwie... Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich bin... Ich bin... Nein. Nein. Ich bin Nein. Hallo, ich bin Nein. Wer bist du? Ich bin nicht Nein. Ja, dann halt nicht. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020